30 Kilo. Okay, dein Paketbote wird dich lieben. Speziell wenn du nicht zu Hause bist und er es wieder zurückschleppen muss. Kein Messer. Gut, dann der Seitenschneider. Alles gut verpackt. Sieht ganz schön viel aus und kompliziert. Ist es aber nicht, keine Sorge. An Schrauben und Werkzeugen ist wirklich alles dabei. Die Anleitung im perfekten Deutsch. Gibt detaillierte Einzelschrittanweisungen. Wer Ikea kann, kann das hier auch. Schrauben rein und mit dem mitgelieferten Werkzeug anziehen. Das Ganze dauert etwa 30 Minuten. Hinweise an einigen Teilen zeigen, ob es rechts oder links hin muss. Und fertig. Festmachen und einen Blick in die Anleitung zum Display. Das ist sehr basic gehalten und kann eine Distanz-, Dauer- und Ruderbewegung anzeigen. Kalorien ist meine Schätzung. Und für die Herzfrequenz braucht es zusätzliche Geräte. Kann meine Watch aber auch ohne. Im Training wechselt die Anzeige kontinuierlich. Acht Stufen stehen zur Verfügung. Man sollte ruhig auf eins anfangen. Es ist ein extremer Unterschied. Wer beim Training Langeweile hat, kann hier oben ein Tablet einlegen. Und nebenbei Amazon Prime schauen. Auf geht's. Auf Fliesen sollte man Rutschmatten drunter packen. Der Sitz gleitet nur so dahin. Das Ganze ist sehr geräuscharm. Am Anfang lieber ein paar Lehrvideos schauen. Zur Haltung und langsam an den Ablauf gewöhnen. Ist das Training zu Ende, hier den Stift ziehen. Die Lauffläche hochklappen und sichern. Anschließend ist das Rudergerät sehr kompakt und kann weggerollt werden. Es nimmt nur halb so viel Platz weg wie meine Hantelbank. Nun ran ans Gerät und Bikini-Frigur trainieren. Oder halten oder egal. Fit sein. Die hat viele drei. Die hat viele zwei. Ich schございます, dass wir die drei. Die hat viele drei. Daher taher dazu bekommen.